Willkommen auf Hof Hellwig. Mein Name ist Florian Hellwig. Ich bin 36 Jahre jung, verheiratet mit meiner Frau Nicole. Wir haben zusammen drei Kinder. Wir bewirtschaften hier im schönen Sauerland in Deifeld einen Milchviehbetrieb mit 150 Milchkühen und der weiblichen Nacht. Wir bewirtschaften den Betrieb mit unseren Eltern zusammen und mit zwei Auszubildenden. Jedes Kind, das schon mal auf einem Bauernhof war, ist natürlich ganz begeistert von der Landwirtschaft und ich denke mal so war das, da wir selber auf dem Bauernhof groß geworden sind, war das bei uns als Kind auch so, dass wir begeistert waren von der täglichen Arbeit in der Landwirtschaft und als man dann ein Schulpraktikum gemacht hat und gesehen hat, dass man in anderen Berufen auch arbeiten muss, da war ihm schnell klar, welche Vorzüge die Landwirtschaft hat, immer in der freien Natur zu arbeiten, immer mit dem Tier zu arbeiten, jeden Tag Erfolg zu sehen, was Hände schaffen können. Ich denke mal, ein Tier gibt einem ganz viel wieder. Wenn wir eine Kuh ins Auge schauen und sehen, wie eine Kuh mit den Ohren wackelt, dann können wir ganz viel daran erkennen, ob es einem Tier gut geht oder nicht und das ist unsere Hauptaufgabe, hier tagtäglich mit den Tieren zusammenzuarbeiten und wenn man sieht, dass es den Tieren gut geht und dass man alles dafür tut, dass es den Tieren gut geht, dann hat man auch sehr viel Spaß daran mit den Tieren zu arbeiten und die Tiere danken es einem halt auch, indem sie uns mit hohen Leistungen und dementsprechenden Milchproduktion belohnen. Unser Grundfutter ist natürlich das A und O für die Milchproduktion. Nur mit hervorragendem Grundfutter können wir auch beste Milchleistungen erzeugen. Das Grundfutter macht hier 80 Prozent des Futters aus. Wenn das Grundfutter dann so eingefahren ist, wie wir es wünschen, zum besten Zeitpunkt, mit bester Qualität, dann erzielen wir auch mit unserem Grundfutter hervorragende Leistungen. Unser Betrieb melkt im Schnitt im Tagesmittel irgendwo um 37 bis 38 Liter Milch pro Kuh, wo wir dann auf eine Jahresleistung von über 12.000 Kilogramm Milch pro Kuh und Jahr erreichen. Unsere Kühe werden damit mit diesem guten Grundfutter auch sehr alt, um 50.000 Liter Abgangsleistung, die unsere Kühe im Schnitt haben. Also sie werden um fast sieben Jahre alt. Für Bosch Beton haben wir uns entschieden, aufgrund der vielen Referenzen, die hier schon Bosch Beton in unserer Region hat. Wir konnten uns viele Anlagen anschauen und hat gerade das U-Profil in Sachen Arbeitserledigung unwahrscheinlich gut gefallen. Der tägliche Arbeitsaufwand hat sich dadurch enorm reduziert. In der Ernte werden Arbeitserledigungen wesentlich einfacher abgeführt über das U-Profil und das war für uns auch ein Hauptgrund uns für Fertigteile und auch für Bosch zu entscheiden. Unser Milchviehbetrieb in den nächsten zehn Jahren wird so sein, dass wir weiter wachsen werden, allerdings nur innerbetrieblich weiter wachsen werden. Wir wollen nicht mehr Tiere halten. Wir wollen einfach unseren Tieren versuchen, noch mehr Kuhkomfort anzubieten, noch mehr das Tagtägliche zu versüßen und dadurch halt noch noch gesündere Kühe zu haben, die uns noch mehr Freizeit bescheren und noch mehr Freude am Beruf.